Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu Perspektiven auf Venezuela. Ich sitze hier heute mit dem Venezuela-Experten Simon Ernst. Er promoviert gerade über die Rolle des Erdöls in der Geschichte Venezuelas und war selber mehrfach auf Studienreisen in dem Italienmechanischen Land. Und ich hoffe, dass er mir erzählen kann und erklären kann, was gerade dort so abläuft und passiert. Hallo Simon. Hallo Tim und vielen Dank an Perspektive auch für die Einladung, dass ich hier sprechen kann. Venezuela befindet sich gerade in einer der schwersten Krisen seiner Geschichte, einer wirtschaftlichen Krise, einer politischen Krise, die das südamerikanische Erdöland fest im Griff hat seit mehr als fünf Jahren jetzt schon. Das heißt für die Bevölkerung, dass die Supermarktregale leer sind, dass kaum Lebensmittel zur Verfügung stehen, dass der Reallohn um drei Viertel gefallen ist in den letzten Jahren und dass auch die Versorgung mit Medizin zu einem großen Problem geworden ist. Und in dem Kontext sind in den letzten Jahren mehr als drei Millionen Venezuelaner auch aus ihrem Land geflohen, nach Peru, nach Kolumbien, ins laseinamerikanische Ausland und auch nach Europa. In den deutschen Medien hört man oft den Namen Nicolás Maduro als den Präsidenten von Venezuelas und Juan Guaido als denjenigen, den jetzt ja auch die deutsche Bundesregierung anerkannt hat, als Interimuspräsident. Vielleicht kannst du erklären, wer sind diese beiden Figuren und warum sollten wir uns damit überhaupt beschäftigen? Ja, scheinbar findet ja dieser Konflikt nur zwischen diesen beiden Figuren, dem Präsidenten und dem selbsternannten Gegenpräsidenten, statt. Nicolás Maduro, Präsident im Amt, stellt sich so dar, als könnte er das Land gegen diese Krise verteidigen und als würde eigentlich von ihm und seiner Regierung so etwas wie Sozialismus ausgehen. Und die Gegenseite, die stellt sich so dar, als würde sie jetzt diesen bösen Diktator, der die ganze Krise verursacht hat, stürzen können und als würde sie dann das Land neu aufbauen und die Krise lösen. Beides ist falsch. Also die Ursachen dieser Krise, die sind viel älter, die gehen viel weiter zurück. Maduro regiert das Land erst seit sechs Jahren und das ist eine richtige strukturelle Krise, die Venezuela und auch Lateinamerika tief fest im Griff hat. Also ist Nicolás Maduro gar kein sozialistischer Diktator? Naja, also die Frage, ob er das Land überhaupt regieren kann, ob er überhaupt einen Einfluss auf die Politik hat, die ist schon da. Er hat einen Schuldenberg von 150 Milliarden Euro aufgetürmt, das ist mehr als Griechenland in der Griechenland-Krise damals aufgehäuft hatte. Das ist eine so schwere Schuldenkrise, dass dadurch die Kreditgeber, einmal aus den USA und auch aus Deutschland, die Münchner Allianz ist der größte Besitzer von venezolanischen Staatsschulden, aber auch auf der anderen Seite Russland und China eine so große Macht über das Land haben, dass keine von diesen beiden Figuren halbwegs eigenständig handeln kann und beide eigentlich als Marionetten von den hinter ihnen stehenden, viel größeren globalen Mächten handeln. Also du sagst quasi, dass es sich dort gerade eine Art Stellvertreter-Auseinandersetzung gibt? Ja, das kann man genau so sagen. Also ein Stellvertreter-Krieg, ein richtiger Stellvertreter-Krieg auf ökonomischem Niveau, auf politischem Niveau, auf diplomatischem Niveau und eben auch was die Interpretation in den Medien angeht dann. Du hast gerade von Krieg gesprochen, aber letztendlich ist es doch so, dass die USA zwar mehrfach damit gedroht haben, einzumarschieren in Venezuela, aber ein richtiger Krieg hat doch noch nicht stattgefunden. Auf wirtschaftlichem Gebiet ist das ein weitentwickelter Krieg, der findet ja global statt. Da redet man hier in Deutschland über das Mobilfunknetz, dieses 5G-Mobilfunknetz und ob jetzt Huawei oder ob die amerikanischen Konzerne den deutschen Markt für sich in diesem Krieg erobern können. Und das ist noch viel weiterentwickelt und viel zerstörerischer im Fall von Venezuela. Wie kann man denn sich die Situation gerade in dem Land vorstellen? Das heißt also, die humanitäre Krise, über die man hier oft hört, existiert die dort? Und wenn ja, wie sieht das genau aus? Viele Millionen Menschen haben das Land verlassen müssen wegen der schlimmen wirtschaftlichen Krise. Der Reallohn ist auf ein Viertel von dem gefallen, was er noch vor wenigen Jahren war. Das heißt also, auch in der Bevölkerung ist oft der Alltag völlig verschwunden. Die Betriebe stehen still und man findet auch nirgendwo eigentlich in den Geschäften Lebensmittel, Medikamente, die man dann einkaufen kann jeden Tag. Das bedeutet also, diese Krise wird ausgetragen auf dem Rücken von der venezolanischen Bevölkerung, auf dem Rücken von den venezolanischen Arbeitern, Studenten, Bauern und so weiter. Und das hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das einmalig ist in der ganzen Geschichte Venezuelas und auch Südamerikas, also auch nochmal tiefer geht als die Schuldenkrise in den 80er Jahren. Um vielleicht nochmal auf die Situation, also die Protagonisten zurückzukommen. Wir haben also quasi auf der einen Seite Nicolas Maduro, der sich darstellt als Anti-Imperialist, der gegen die USA und die Intervention der USA opponiert. Auf der anderen Seite Juan Guaido, der unterstützt wird von Kräften aus den USA und auch von Deutschland, von anderen Ländern weltweit. Was ist denn jetzt da das Richtige? Was ist denn jetzt da die wirkliche Situation? Ja, das fragt sich auch ein großer Teil der venezolanischen Bevölkerung, die sich keinem dieser beiden Pole zuordnen wollen. Trotzdem ist das so, dass Juan Guaido kann sich natürlich auf die Unzufriedenheit stützen mit der Maduro-Regierung, weil sich diese Krise ja unter Maduros Präsidentschaft seit sechs Jahren auch entwickelt hat vor den Augen von der Bevölkerung und diese Regierung auch einen großen Teil natürlich von der Verantwortung trägt dafür, dass sich diese ganzen bürokratischen und kapitalistischen Strukturen in dem Staat da munter weiterentwickeln können. Und diese Unzufriedenheit ist aber nicht gleichbedeutend mit einem Vertrauen, das die Masse der Bevölkerung in die Figur Guaido hat. Das ist sogar so, dass Juan Guaido im Januar erstmals eigentlich auf der größeren politischen Bühne aufgetreten ist, als er sich selber als Präsident Venezuelas auf einer Kundgebung ausgerufen hat. Seine eigene Partei wusste davon nicht besonders viel. Viele von seinen Bündnispartnern waren überrascht von dieser Selbstausrufung als Präsident. Aber das Weiße Haus, das wusste sehr gut Bescheid. Das hat schon elf Minuten nach der Selbstausrufung eine vorbereitete Presseerklärung herausgegeben, dass eben Juan Guaido auch aus den USA unterstützt wird und dass man ihm auch die Regierungsgeschäfte übertragen soll. Und sie sind sogar so weit gegangen, in den USA dann zu sagen, ja, das ist bereits der Interimspräsident dieses Landes. Es gibt gar keine andere Regierung mehr in Venezuela. Um sich mit der Begründung in den USA auch wichtige Vermögenswerte von Venezuelas Regierung, wie zum Beispiel ein Erdölkonzern, ein Tankstellennetz, unter den Nagel zu reißen. Und Guaido ist deswegen auch so eine Art ökonomischer Token der USA. Letztlich eine Figur, mit der die USA viele Milliarden an Euros und Dollars aus Venezuela herausziehen können und in dieser Schuldenkrise die Oberhand behalten gegenüber China und Russland, die sehr eng mit der Regierung Maduro kooperieren und die diese auch unterstützen. Maduro kann sich aber nicht nur auf diese ausländische Unterstützung berufen, sondern es gibt auch einen großen Teil der Venezuelaner, die teils aus Tradition zu ihm halten, weil seine Regierung und seine Vorgängerregierung immer einen Kampf gegen die USA repräsentiert haben. Aber auch, weil jetzt deutlich sichtbar ist, dass die Opposition, die unter diesem Juan Guaido sich vereinigt hat, sich zusammen mit dem US-Vizepräsidenten und zusammen mit den rechten Regierungen Kolumbiens, Perus und Chiles verschworen hat und gemeinsam mit denen agiert, also eigentlich als eine ausländische koloniale Kraft auftritt. Und das hat in der Bevölkerung von Venezuela dazu geführt, dass jetzt viele Menschen sich in den letzten Monaten seit Januar, seit dieser Zweiteilung des Landes, wieder auf die Seite von der Regierung Maduro geschlagen haben. Und zwar nicht, weil sie so begeistert sind von diesem Nicolás Maduro und seiner Wirtschaftspolitik oder weil der gar sozialistisch wäre, sondern weil es einfach mit dem Gefühl, Venezuelaner zu sein, ganz wenig vereinbar ist, zu sagen, wir wollen eine Militärinvasion durch die USA, wie das der Juan Guaido fordert, und wir wollen unser Land wieder unter den US-Einfluss stellen, wie das die letzten 100 Jahre gewesen ist. Dagegen gibt es in der venezolanischen Bevölkerung doch große Widerstände. Kurz nochmal auf die Frage einzugehen, du hast gerade gesagt, Nicolás Maduro ist kein Sozialist. Also in den deutschen Medien wird das oft so dargestellt. Kannst du das irgendwie mit einem ausführen kurz? Mit dem Begriff schmückt sich ja gerne jeder x-beliebige Politiker. In Venezuela geht das aber auf eine etwas tiefer gehende Entwicklung zurück, weil dort seit 30 Jahren eigentlich diese ganze Strukturkrise des Kapitalismus mit einem sehr hohen Niveau von Staatsschulden, mit einer ständigen Krise der Landeswährung, mit sehr tiefen Krisen, die auch damit zusammenhängen, dass Venezuela ein Erdöl-Land ist, dass die nie in den Griff gekriegt werden konnten. Die herrschenden Regierungen, die dort von 1958 bis 1998 regiert haben, das ist so ähnlich wie in Deutschland ein Zwei-Parteien-System gewesen, eine sozialdemokratische Partei, eine christdemokratische Partei, die haben eigentlich den Reichtum immer nur unter sich aufgeteilt und dafür gesorgt, dass der größte Teil von diesen gigantischen Erdöl-Profiten, Venezuela ist das größte Erdöl-Reserve-Land der Welt, dass die in die USA abgeflossen sind, nach Texas zu den großen Erdölkonzernen Chevron, Exxon, BP, Shell und haben dann für sich immer ihren Teil abgeschnitten. Und aus dieser strukturellen Krise, wo es auch eine rapide Verarmung gab, sind Volksaufstände in Venezuela entstanden und es hat sich eine Massendebatte entwickelt, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wollen wir weiter in einer kapitalistischen und bürokratischen Gesellschaft leben, wo der größte Teil der venezuelanischen Bevölkerung von dem Reichtum nichts zu sehen bekommt, der dort produziert wird? Oder wollen wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben? Die Folge waren auch ein ganzes Jahrzehnt von Massendemonstrationen. Daraus ist am Ende die Vorgängerregierung von Nicolás Maduro, die Regierung von Hugo Chávez, hervorgegangen. Und es hat eine massive Debatte gegeben über den Sozialismus und wie man zum Sozialismus kommen kann in der ganzen venezuelanischen Gesellschaft, die dann nach einigen Jahren auch der Präsident Hugo Chávez aufgegriffen hat und kurzerhand entschieden hat, ja, wir leben jetzt im Prinzip im Sozialismus. Das, was wir jetzt hier aufbauen wollen, ist der Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Das ist letztlich eine ganz vage Idee, die er gar nicht so genau definiert hat, aber die vor allen Dingen von der Grundidee ausging, wir müssen irgendwie alles anders machen, als es vorher im Sozialismus im 20. Jahrhundert gemacht worden ist. Wenn man nun jetzt zurückguckt, dann stellt man leider fest, dass gerade dieselben Fehler der Sozialismus schon im 20. Jahrhundert gezeigt hat, in Venezuela leider durch diese neue Namensgebung Sozialismus des 21. Jahrhunderts nun gar nicht angegriffen wurden und dass die Grundstrukturen der kapitalistischen Wirtschaft von dieser Rhetorik der beiden Regierungen, so romantisch die auch war und so viel die auch zu tun hat mit den Wünschen, die es in der Bevölkerung gibt, keine neue, keine sozialistische Regierung gebracht haben. Vielleicht gehen wir nochmal zusammen auf die ganz aktuelle Situation ein. Du hast jetzt quasi so die Hintergründe etwas erläutert, auch der verschiedenen Blöcke, die dort miteinander konkurrieren. Was ist denn das, was in den letzten Wochen passiert ist in Venezuela? In welchem Situation befindet sich das Land jetzt? Und was ist der Ausweg? Was wir vielleicht alle in den Medien hier auch mitverfolgt haben, das war der 22. und 23. Februar in Venezuela, wo diese Zweiteilung so aussah, dass auf der einen Seite der Grenze, auf der kolumbianischen Grenze, die USA und ihre Entwicklungshilfeorganisation USAID einige Hilfspakete aufgetürmt hatten, einige Tonnen Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen und eine große Konzertbühne hingestellt hatten mit 300.000 Zuschauern, die sie aus Kolumbien mit Popstars und so mobilisiert hatten. Der kolumbianische Präsident war da, der peruanische Präsident, der chilenische Präsident, der Vizepräsident der USA. Mike Pence war dort, der Sicherheitsberater der USA, John Bolton. Und alle standen sie gemeinsam mit Juan Guaido auf der kolumbianischen Seite dieser beiden Nachbarländer, an der Grenze der beiden Nachbarländer und haben versucht, unter dem Slogan der humanitären Hilfe diese Krise auszunutzen, um selber die Posten und die Pfunde in Venezuela und die Macht in Venezuela an sich zu reißen. Da hatte man schon eine VIP-Area aufgebaut auf diesem Konzert, wo vor den 300.000 einfachen Venezuelanerinnen und Venezuelanern dann ein paar tausend Würdenträger, diese Präsidenten zum Beispiel, Bankiers, Großinvestoren standen und schon gemeinsam sich darauf einstimmten, dass jetzt sehr bald der Regime-Change kommen würde und dass die Regierung von Nicolás Maduro jetzt fallen würde. Das ist alles nicht passiert. Also weder am 22. Februar noch am 23. Februar und auch in den Wochen danach ist das nicht passiert. Juan Guaido hat nicht auf einmal angefangen, dieses Land zu regieren, sondern er hat im Ausland verschiedene Treffen gemacht mit Vertretern von westlichen Staaten, vor allen Dingen auch in den USA. Seine Frau hat sich mit Donald Trump getroffen, um über das zukünftige Venezuela zu diskutieren. Und Juan Guaido hat halt im Ausland neue Botschafter, auch neue Unternehmensvertreter benannt. Aber er ist nicht dazu gekommen, dieses Land jetzt zu regieren, weil auch die USA bisher vor dieser Militärintervention zurückgeschreckt sind. Wenn man jetzt Juan Guaido weiter unterstützt, dann bedeutet das, dass man den Weg zu einer Militärinvasion und zu einem großen Krieg in Lateinamerika unterstützt, wie das unser deutscher Außenminister macht. Ein Beispiel dafür sind die jüngsten Stromausfälle in Venezuela, die direkt im Kontext damit stehen. Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einer Militärintervention kommt? Das ist natürlich schwer im Einzelnen einzuschätzen. Aber indem der deutsche Außenminister den Interventionskurs der USA und die Figur Juan Guaido, die nach einer Militärintervention ruft, unterstützt, erhöht er auf jeden Fall die Schwierigkeiten für das Land und erhöht auch die Wahrscheinlichkeit eines Krieges. Als nach dem 23. Februar sich kein Regime-Change ergeben hat, da ist Venezuela eigentlich in eine neue Phase oder eine neue Etappe oder so eingetreten. Und als sich alle schon fragten, was wird wohl der nächste Streich sein, den die ausländischen Interventionisten und die Guaido-Opposition gegen die Mandu-Regierung sich überlegt, da kam es auf einmal zu den größten Stromausfällen in der Geschichte Venezuelas und wahrscheinlich auch in der Geschichte der Welt, die in großen Teilen des Landes im ganzen März das Licht ausgeschaltet haben. Aber auch den Strom in der Produktion, den Strom in der Erdölindustrie, den Strom in den Krankenhäusern, was dann bedeutet, dass Dialyse-Patienten sterben, dass das Geburten nicht mehr richtig durchgeführt werden können, was auch das Erziehungssystem in eine tiefe Krise stürzt. Und dass es teilweise irreparable Schäden am Stromnetz, an den Verteilungsstationen, aber auch mitten im Herz der Wirtschaft in der Erdölindustrie hervorruft und die sowieso schon kriselnde Erdölproduktion weiter und immer weiter reduziert. Also in Deutschland wurden diese Stromausfälle als Ausdruck von der sozialistischen Misswirtschaft dargestellt. Wie schätzt du diese Stromausfälle ein, die du gerade geschildert hast? Ja, was man darüber immer in der westlichen Presse, gerade in der US-amerikanischen Presse lesen kann, mit großem Detailwissen, ist dann eben der marode Zustand von diesem Elektrizitätssystem in Venezuela, wo russische und chinesische und brasilianische Großkonzerne oft Milliardenaufträge eingesackt haben, aber dann nicht das geliefert haben, was vertraglich vereinbart war. Das kennen wir hier aus Deutschland ja auch von Projekten wie dem Berlin-Brandenburger Flughafen oder Stuttgart 21, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und das hat große Schwachstellen im venezolanischen Stromnetz produziert, die die USA und die mit ihnen verbündeten Oppositionellen in Venezuela ja bestens kennen. Das ist ein Anhaltspunkt dafür, dass sie natürlich große Leichtigkeit hatten, die Stellen in dem Stromnetz zu finden, die bei einer möglichen Sabotage, von der die Regierung in Venezuela spricht, dann auch eben angreifbar wären. Fakt ist, dass nach den ersten Stromausfällen, die es im März gegeben hat, große Teile vom Stromnetz beschädigt worden sind. Und weil die tiefe Wirtschaftskrise, die tiefen Schuldenkrise und die Wiesenkrise von Venezuela eben auch bedeutet, dass man nichts importieren kann, auch nicht mal Lebensmittel, steht jetzt die große Frage, wie überhaupt die nötigen neuen Generatoren und die nötigen neuen Ersatzteile für das Stromnetz importiert werden können. Mittlerweile wird das Land nur noch mit den Leitungen aus den 70er Jahren betrieben, obwohl die Bevölkerung sich seitdem verdreifacht hat. Und der ganze ölreiche Westen des Landes an der kolumbianischen Grenze hat seit mehr als einem Monat fast keine Elektrizität. Da leben 10 Millionen Menschen. Wie geht es jetzt weiter in Venezuela? Was denkst du, sind die nächsten Entwicklungen, die nächsten Auseinandersetzungen, die dort stattfinden werden? Und vor allem, was denkst du, ist denn eigentlich die Perspektive für die venezuelanische Bevölkerung, für die Unterdrückten und Ausgebeuteten in dem Land? Was können Sie erreichen, wenn es um die Frage geht, Venezuela wieder zu einem lebenswerten Land zu machen? Für viele steht jetzt erstmal auf der Tagesordnung, die drohende Invasion aus den USA abzuwehren und auch Lösungen zu finden für die schwere Lebensmittel- und Medikamentenkrise. Ohne dass dort allerdings Organisationsmethoden angewendet werden, die über die Instrumentenkoffer von einem Guaido oder einem Nicolas Maduro hinausgehen, die letztlich beide das Land bürokratisch regieren wollen und für sich auch den Reichtum dieses Landes stehlen wollen, ist es sehr schwer, wieder so eine Masseninitiative zu entwickeln, wie das zum Beispiel 2002, 2003 gelungen ist. Ich will das mal an einem Beispiel erläutern. Venezuela ist ein Land mit sehr großen Naturreichtümern, mit sehr viel Erdölvorkommen, aber auch Gold, Kobaltvorkommen, Aluminiumvorkommen, dem wasserreichsten Fluss und dem größten Wasserkraftwerk Lateinamerikas und hat auch eine sehr ausgebildete Arbeiterklasse mit großem technischem Wissen. Als die USA und ihre Verbündeten in den Erdölkonzernen 2002 bereits einen Putsch versucht haben gegen die Regierung von Hugo Chavez, ganz ähnlich wie gerade der Putsch versucht wird gegen die Regierung von Nicolas Maduro, da haben sie auch die Erdölindustrie sabotiert und haben es geschafft, die Produktion für einige Wochen auf Null zu senken. Aber durch das gesammelte technische Wissen und durch die Reichtümer in der Bevölkerung und in der Geografie von Venezuela war das möglich innerhalb von nur drei Monaten, gestützt auf die Kräfte im Land und auf solidarische Kräfte aus Lateinamerika, die Produktion wieder auf 100% zurückzubringen. Ohne die vom Westen kontrollierten Manager, ohne die oberen Etagen in diesem Erdölkonzern, die ja eigentlich immer nötig sind dafür, angeblich um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, haben das die einfachen Beschäftigten mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung gemacht und teilweise Computerprogramme ersetzt durch Walkie-Talkies oder die Computerprogramme neu geschrieben, wenn die sabotiert worden waren und monatelang unterstützt von der Bevölkerung in den Städten diesen Putschversuch 2002, 2003 zurückgeschlagen. Das war in einer Aufschwungsbewegung der ganzen antiimperialistischen Kämpfe gegen den US-Einfluss auch und gegen die Situation, dass Venezuela seit 100 Jahren im Hinterhof dieser USA dort wirtschaften und leben muss. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die nicht nur für Venezuela, sondern auch für andere lateinamerikanische Länder eine echte Perspektive bietet, dass man jetzt nicht nur zurückguckt und sich ärgert, dass einige von den Sozialreformen und einige von den Pfründen auch verloren gegangen sind durch die Krise der Chavez- und Maduro-Regierung, sondern dass man sich da klar wird, dass das alles Vorgefechte gewesen sind in einer großen strukturellen Krise, in der die venezolanische und lateinamerikanische Gesellschaft gar nicht mehr normal weiterleben kann, wenn nicht diese Abhängigkeit vom Kapital, vor allen Dingen vom Kapital aus dem Ausland, bekämpft wird und wenn dem nicht Organisationsformen entgegengesetzt werden, die von unten aus der Bevölkerung wachsen, aus den gesellschaftlichen Kämpfen, aus der Frauenbewegung, aus der Umweltbewegung, aus der Arbeiterbewegung, gerade auch aus der Erdöl-Arbeiterbewegung. Und wenn diese Erdöl-Arbeiter und die Stromarbeiter in Venezuela sich keine eigenen Organisationsformen schaffen, sondern wenn sie weiterhin nur gucken, ob man mit der Regierung Nicolás Maduro, mit Russland und China in dieser Schuldenkrise wirtschaftet oder mit der Regierung Huang Guaido mit den USA und mit Deutschland für einen pro-westlichen Regime-Change, dann gibt es nur sehr wenige Perspektiven. Aber es gibt eben auch die Kräfte in einer breiten Volks- und Protestbewegung in Venezuela, die genau im Aufbau von diesen Volksorganisationen arbeiten und die das auch jetzt in einer kritischen Distanz zur Maduro-Regierung tun, weil die sich alle in einem Punkt einig sind, dass man diesen vom Westen unterstützten Versuch eines Putsches und eines Regime-Changes an allererster Stelle bekämpfen muss.